So Leute, weiter geht's. Und ich hab das Gefühl, die Zeit vergeht schneller. Ich schaff pro Folge immer weniger. Oh, schon wieder die Ackenmusik. Du jagst dir doch schon die ganze Zeit in die Luft. Glaubst du wirklich, da gibt es noch wirklich viel, was du... Na gut, es gibt viele Arten Folter. Los, Batman, du kannst es, ich weiß es. Und weniger stöhnen, bitte. Und was haben wir hierhin? Ah, ne schöne Riddler-Trophäe. Und durch die nächste Tür, aber davor, Sane. Und stell dich nicht so nah ran, Riddler-Sane. Ne, Riddler-Joker-Sane. Hier hab ich auch nicht so ganz Tisch. Okay. Was? Du lässt ihn damit durchkommen? Sehe ich wie ein Trottel aus? Was ich ausfand, dass er kein Geld hatte, stitt ich seine Niere, seine Leber und ein paar andere Einzelteile raus und verkaufte sie. Oh. Ein reicher Typ drückt sicher während unseres Gesprächs schon mit den Teilen rum. Und die Leute? Kaufen halt die Leute sowas ab? Es geht immer in den Käufern raus. Was du noch verkaufst? Nette Geschichte. Hast du noch welche oder gehen wir zurück und fast noch? Na, egal. Er hat gefragt. Ich hab's ihm gesagt. Okay, Geschichte zu Ende. Es gibt Prügel, Leute. Bam. Ich bin hier. Wer mit der Waffe ist K.O.? Baa, halt. Bam, bam. Bam. Halt. Bei dem ersten aufs Rücken. Bam. Ach. Immer diese Mischung aus allen möglichen Feinden. Immer ziemlich nervig. Bam, bam, bam. 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 Abwehren. Bam. Betäuben. Autsch. Ich weiß, da lag der Schlag nicht schnell genug, aber das. Bam, bam. Bam. Bam, 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 datch. Dam, 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 und ein K.O. bitte. Boah, datch. So, und tot waren sie. Kein großes Problem, oder? Also, wo haben wir die Steuerungen? Ah, da haben wir ja zwei. Ah, das sind zwei einfach. Die kriegen wir schnell aus. Batsch. Iiiiiiiiiiii. Batsch. Und die dritte noch. Oracle, das ist die zweite Pumpe, die abgefällt wurde. Jetzt nur noch eine. Ja, und an der bin ich auch gleich dran. Äh, Oracle. Barbara. Batsch. Los, Kamera drehen. Ich will sehen, wie das Teil ausgeht. Ach, schade. Supi, wir kommen zu Ivy. Ne, da war doch noch was zwischendrin. Irgendwas. Irgendwas, was Titanic war. Mit ganz viel Titan und Gegnern und... Oh Gott, jetzt gibt es eine Riesenschlägerei. Aber erstmal drei Bad Dranken. Wohin, waren das gerade eben vier von seinen Zähnen? Joker, 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 Joker. Ich wusste gar nicht, dass du so viele Zähne besitzt überhaupt. Dutch, halt, den will ich noch kriegen. Danke. 20 Joker Zähne zerstört. Schön. Erstmal den Dreier raus, den werde ich brauchen. Oh. Und ich hoffe, ich schaffe das jetzt auf Anlieb. Und das nicht nur mit einem Kappi. Na los, kommt schon. Oh, los, Batman. Dreh deine oberen Muskeln. Wir wollen es auch sehen. Oh, ich glaube, da geht gleich was kaputt. Ja, bam. Es ist ein Titan. Immer schön draufhauen und bam. Batsch. 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 Lasst zu, dass er sich noch möglichst bald K.O. geht. Los. Ah. Drauf. Und ja. Freunde klatschen. Bam. 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 Die sollten wir ja auch noch irgendwie K.O. kriegen, weil die können ja demnächst sehr, 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 sehr nervig werden. Mitten in die Masse. Badam. Oh oh. Ein Gesicht von ganz schön Blut. Ah. Mhm. Boah. Super, gleich mehrere getroffen. Denk haben wir gegen die Wand. Ab. Abwehr. Springen. Batsch. Der macht den nächsten K.O. Es kommt schon wieder Gegner. Und zur Seite springen. Ah. Verdammt. Ah. Verdammt. Ah. Geht. Wow. 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 Hey. Ah. Wow. Oh Gott. Er hat's. Ihn hat's gegen die Wand gehauen. Gut. Ah. Auf den Gegner drauf. Los. Drauf Batman. Jetzt gibt's Schläge von eurem Titan-Kumpel. RUAAH. Bam. Bam. Es gibt Schläge. Kommt mir nur zu nah. Ich hab gar keine Chance. Bam. 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 Oh, okay, er schmeißt mich wieder runter. Bam, ah. Okay. Oh, oh. Leck, leck, leck. Batsch, jetzt kommen sie. Bam, 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 bam. Bam, bam. Der Jüngste ist Batman ja auch nicht mehr, daher. Er hat das Recht, wie ein alter Mann zu schlagen. Ah. Ah, Gott, langsam werden es mir zu viele Gegner hier. Ich meine, hier liegen ja nur noch leicht. Ah. Da erzählen wir mal als einer von Möglichkeiten, das sind viel zu viele. Beim ersten Mal habe ich es auch nur arschknapp geschafft, weil das einfach viel zu viele von denen sind, die dort auftauchen. Ich meine, ihr habt gesehen, man konnte nur noch auf Leichen laufen. Obwohl Leichen vielleicht der falsche Begriff ist, weil, naja, Batman tötet ja keinen. Genickbrüche sind erlaubt, aber Töten, nö. Dann. Gegen die, oh. Oh. Mache den fertig. Genau. Oh, oh. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Ah, hier rein irgendwie. Bam, 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 bam. Lüft auf ihm raus. Und schnell raus hier. Wenn er sich drehen lassen würde. Oh, es gibt Schläge für euch, Leute. Bam, bam. Ah, bam, bam. Autsch, der ist noch zu nah an dem Teilrad. Ah. Na gut, wenigstens rennt er gegen die Wand. Ah, ausreichen. Bam. Ah, ich pferde, hab das nicht doch noch erwischt. Ah, da, 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 da. Oh gut, das trifft. Das trifft. Er rennt mitten in die Masse rein. Los, jetzt auf den Drauf wieder. Oh Gott. Es läuft einigermaßen okay, aber es läuft immer noch scheiße, weil ich viel zu wenig okay habe und während des Kampfes auch keiner regenerieren kann. Und es sind einfach viel zu viele Gegner. Das ist ja nicht so, als würden sie viel auszuhalten, aber in der großen Masse sind sie einfach nur nervig. Könnte Batman auch mal in die Richtung gucken, wo die Gegner sind und könnten die aufhören, ständig neu zu kommen? Es ist ja nicht so, als sei es in irgendeiner Weise fair. Es kommen einfach nur zu viele. Und zwar, das hört auch nicht, während des Kampfes irgendwann auch, wenn ich irgendwann die Töte, die kommen unendlich viele. Los, los, drauf Batman, drauf, auf das Teil, drauf. Und hier, ich hab den verfickten Dreckskerl endlich tot und dann muss ich noch... Wieso läuft das diesmal nicht? Ah.